Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together A20 Rocket League. Ich schau mal kurz in meine Garage, weil ich nämlich eine neue Lackierung habe. Und das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht aus wie das Server. Gut. Ich hab einen Schneemann als Fahne. Passt. Ja. Okay, lassen wir das und suchen die Garage 2 und 2. Besser ist das. Es gibt ne Herz als Aufsatz für die Flagge da. Oder für mich als Flagge. Ich glaube, es gibt sehr vieles. Es gibt auch diesen kleinen Mario-Stern. Ja, vor allem, es gibt ja unter Flaggen ja noch diese ganzen Unterordner mit noch mehr Flaggen. Ja. Flaggen unter noch mehr Flaggen. Jo. Ja. Das sieht nicht gut aus. Ob das unser erster Sieg wird, ne? Ja, wenn das Match nicht zustande kommt, dann nicht. Ja, ja, ja. Aber ich hab grad erstaunlich schnell geladen. Ja, ein Stück weit schon. Nein. 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 Oh. Ach, Mann. Ja, gut. Ich mein, wir sollten in dieser Stelle erberuhigt sein, weil so fängt bei uns ja jede Folge an. Ja. Also von daher, ähm. Der Fett aus dem Maul kriegen, ja. Der Fett aus dem Maul kriegen, ja. Das ist. So. Erstmal zu denen rüber gebüllt. Jawoll. Nein. Nein. Ach komm, der wär so geil gewesen, ne? Der wär... Der fette Sahne Gewürzt gewesen hier. Den wir heute mal brauchen. Ja, 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 ja. Nein! Oh, der, ganz gefährlich da, Brötchen aus dem Kasten gehauen. Ja. Genau. Nein! Ah! Über Latte. Ist richtig. Über Latte von den Lappen. Nein. Über Lappen wohl eher. Oder Lappe. Lappen. Genau. Nein! Okay, mir Pfosten gezimmert hier. Hm? Wurde jetzt das Tor geschleudert. Geil. Komm, was ist hier los? Voll! Ja, was war das denn für ein Tor jetzt? Ja, geil ist das. Guck mal da. Ach so, okay, dann. Ah, okay, das hab ich gleich gesehen, dass du ihn noch getroffen hast. Oder dass du da hergeeiert bist. Dann ist ja gut. Ja, ne? 1-1. Nach knapp vier Minuten. Das war da... Nein, das war die falsche Richtung! Was? Du hast doch grad... Na, egal. Nein! Nein! Oh! Oh! Das war jetzt aber wieder ein harter Dorb-Move. Ja. Kann man, äh... Ja. Oh, nee. Ja, geil, geil. Jawohl. Da bin ich jetzt gar nicht die Lorbeeren für ein... Auf Dorb, Volk Dorb. Ja. Da bin ich gar nicht die Lorbeeren für einsteigend von ein Tor. Ja. Tatsächlich. Ich glaub, er wollte sich in der Luft abwehren. Aber hat dann den Ball getroffen. Ja, wenn man halt, äh... sich eigen im Spiel keiner zugekriegt, dann müssen die Gegner das Netz einmachen. Ja, das ist richtig. Kommt auch mal vor. Oh! Jawoll! 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 Schon wieder ein Tor. Oh, Mann. Ja. 3, 2. Ach, komm! Ich bin mir nicht sicher, dass ich zumindest so einen Teil mit Absicht mache. Okay, Marc hat einen Teammate mit. Gab's schon bloß einen Team-Chat? Äh, nee. Oh, dann könnt's vielleicht nicht daran liegen. Ich hab noch gar keinen Chat. Ach, dann. Ich hab noch gar keinen Chat. Ah, dann muss ich aber auch mal hier ein Tor machen. Ja, die 2, ne? So. Ha, passt doch! Man darf über das erste Tor in den ersten 10 Sekunden gar keine Gedanken machen. Das ist vorhin halt immer so. Das ist halt schon der Diamant-Standard für Edge-Anfänge oder für Aufnahmen-Anfänge. Äh, geil. Nein! Sehr schön. Nein! Ach, Mann. Nein! Komm, ich kann mir jetzt nochmal dran vorbeigecken. No! Sehr gut. Die anderen Ball sind aber auch dran vorbeigecken. Das war das Lustige. Nein! Ah, der Ball muss ja so kommen. Oder? Jawohl. 2. 2. 2. Ich bin glorreich dran vorbeigesegelt. Schön sich die Leute direkt nach dem Anfluss erstmal in alle 4 Richtungen verteilt haben. Oh, das könnte ein Konter werden. Oh, das könnte ein Konter werden. Das sehe ich anders. Nein! Zauberei plus 10. Was ist denn Zauberei? Äh, ich habe keine Ahnung. Oh. Ach, Mann. Zauberei plus 10 Treffen sind, äh, 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 schießen wir den Ball ohne zu treffen. Hä? Das habe ich aber noch nie geschafft. Das ist ganz toll. Aber hinten, da steht wirklich Zauberei. Also das ist kein Zauberei. Nein? Nein. Wir stehen beide im Tor. Das ist kein Zauberei. Das war, das war dumm. Ja. Ja. Ja, wie so oft. Ah ja, du hast mich, du hast mich da geschoben. Ach so. Und dann stellen wir beide im Tor und der Ball rollte rein. Ist gar kein. Ja, sehr gut. Er fährt allein, spricht um unseres Tores und wir stehen beim Gegner im Tor. Super. Komm, ist ja auch noch gebrochen. Nein! 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 Oh, ho, 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 ho. Jetzt passieren wir mal. Also ein 5-2 noch ein 5-4 zu machen, ist auch kacke. Ja, das soll ich jetzt auf jeden Fall kein 5-5 werden. Jo. Na. Ja. Ja. Ach komm, das wird ein 5-5. Was soll er haben? Nein! Nein! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ist ja doch traurig als das 5-5-0, was wir mal aufgeholt haben. Äh, ja. Wann? Ja, ich bin zu weit. Stand vorbei. Verdammt. Egal, 1-22. Nein, 1-22. Okay, den nehme ich jetzt aus der Mitte. Ja, können wir den nehme ich jetzt. Ach so! Ja. Ja. Okay, das habe ich gerade nicht zugehört. Tut mir leid. Egal. Die besten Teammitglieder, die man sich für Geld kaufen kann. Ach nein. Wie kann man sich für Arbeitslosigkeit gehen? Ja. Ungefähr. Ja, 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 ja. Nachstoß. Das Handling ist immer noch nicht so ganz optimal. Wobei es schon besser ist als am Anfang. Das ist besser als am Anfang. Ja, allerdings. Ja, schon, ne? Ja, komm, 48 Sekunden ohne Gegenfahrt, das packen wir jetzt, oder? Nein! Nein! Nein, wir müssen ja nicht mal den Tor schießen. Wir müssen ja nur gucken, dass hier keiner reinzieht. Oh? Ach, Mann. Ich fahr zu weit weg. Ja, das wird aber ein sicheres 6 zu 5. Ich weiß nicht, ob man mal 6 zu 5 von sicher reden kann, aber gut. Ja, doch. Oh, ich habe die Bayern-Flagge bekommen. Also blau-weiß. Also nicht die FC Bayern, sondern die blau-weiße Flagge. Na dann. Ja, ne? Geh mal weiter hier. Dann mal schnieke neue Schlappen angesetzt. Oder angezogen. Was für Schlappen? Ja, Räder. Achso. Das ist hell. Geht's auch mit Schuhen, oder wie? Genau. Ich laufe schneller als mein Schatten. Wind, Schuhe, Schildkick. Und der obere ist ein Haufen Zeichensatzfehler, glaube ich. Ich bleib mal wieder hinten, ne? Okay. Ne? Ja. Ja. Das hat sich gelohnt. Und der sich hinten geblieben ist. Ja. Also diese Welle direkt nach dem Anschluss sind irgendwie die lächerlichen. Äh, ja, aber es passiert irgendwie auch am... Naja, nicht am häufigsten, aber es passiert schon ziemlich oft. Schon traurig, ne? Nein. Ja, hau. Scheide. Ja. Nein. Brust. Mensch. Schon wieder ein so'n Typ mit ihres, mit seinem Harzwender. Wie? Ja. Ja. Jawohl. Geil. Warum muss das? Eins, eins. Der kurze Panik im Moment ist vorbei. So konfus an der Decke kleben und dann so, oh, guck mal, ein Tor. Sehr gut. Knorra. Kommt das auf ein Nicht-Tor? Kommt das auf ein Nicht-Tor? Ja. Ja. Bärst ihn weg da! So? Ne? So? Kann nicht mehr hin. Das war jetzt auch unnötig. Ja. Wunder hergefahren, ne? Schade. Ja. Ui. Nein! Ich spiel' echt immer ziel sicher vor, da ist es in der Tor. Das gefällt mir gar nicht. Da muss man zielsicher vom Tor wegspielen. Fertig. Nein! Ja. Das gibt's doch nicht. Von hinterher nachher und treffen beide den Ball nicht. Nein, das ist jetzt kein Tor. Und ob das ein Tor wird. Ach man! Wir haben ja gerade wieder gewonnen. Ja, richtig. Das ist das Problem. Damit wir bloß nicht mehr Punkte kriegen. So schön in die Mitte. Na? Ja. Oh Gott! Das wäre so ein epischer Treffer gewesen. Aber nein. Nein! Alter, was war das denn für ein Ball, ey? Wir haben ja nicht gespielt. Ja. Ich habe auch, ja. Ich habe noch versucht ihn zu treffen. Aber es hat... Ne. Es hat keinen Unterschied gemacht. Er wäre auch so reingerollt. Ja. Was ist mit dir? Warum bringst du mich ab, alter? Warum bringst du mich ab, alter? Warum bringst du mich denn ab? Warum bin ich grad gefahren? Du bist ja voll in die Fahrlinie rein. Ich bin auch gefahren. Du bist ja voll in die Fahrlinie rein. Dann haben wir uns beide unbewusst abgedreckt, sagt er. Die besten der besten, sage ich da nur. Ja. Nein. Nein! Nein, sammeln deine Brust ein. Komm, wir passen uns in die Pisse, Alter. Ist ja abartig. Wir drängen uns ab und die beiden so... Die beiden passen sich gegenseitig weg und nehmen uns vor, die auch die Brust weg, damit keine Chance haben, hinterher zu kommen. Alter Schwede. Oh, Mann. Es räumt mir nicht mal die Hälfte. Es spielt sich rum und es steht schon 5-1. Ich dachte jetzt noch 10 Sekunden. Ah! Und die Uhr dann so, nein, ihr seid zu schlecht. Na? Das wär schon wieder so ein Todesplatz. Nee. Ach, Mann! Ah! WTF? Hat sie nochmal verzerstört hier. Gut. Ja. Sehr gut. Sehr schön. Jawoll. Ja, der war... Der war... ...nicht schlecht. Ich glaub, hätte der eine, der nicht gerührt, wäre da reingegangen. Also von alleine. Geil. Ja. Jawoll. Jawoll. Die Weben. Aber richtig. Das war die EU. Ah? Ich glaub, ich hab sogar noch Punkte von Vorlage gekriegt. Sehr gut. Naja, immerhin verlieren wir nicht mit zu hohem Abstand, ne? Immerhin gehen wir nicht mit wehenden Flaggen unter. Oder so. What? Ja, der eine hat mir erstmal zum Anstoß hin zerstört. Ja, ist... Okay. Kann man mal machen. Mann. Ist halt so, ne? Ich flieg mal wieder vorbei. Ja. Geil. Ja, der... Oh, ja. Jawoll. Sehr geil. So viel. Der war dann an der Decke. Da kommt ja eine für die ganze Rücke. Ich möchte ihn noch abwehren. Wie so eine Schildkröte. Rollt rückwärts, fällt hinten und dann so... Ah, was ist hier los? So sah das aus, ey. Na, guck mal. Jetzt sind beide im Tor stehen. Jetzt sind beide im Tor stehen. Jetzt sind beide im Tor stehen geblieben. Jetzt machen wir hier den Gast fest, ne? Nein. Nein. Ist nicht getroffen. Was ist hier los? Er spielt den Ball mit mir. Ja. Ja. Ein Tor. Das ist kein Eigentor. Das ist kein Eigentor. Tor im Rückwärtsgang hab ich gekriegt. Tetrick. Na, guck mal. Ich hab noch angeschoben. Hahaha. Geil. Schön nochmal ein Stück sein. Kann man mal machen, ja. Nein. Ja. Ja. Zurück und. Nein. Nein. Ah, der ist noch warm. Nein. Ah. Gott. Der Skill ist kalt. Ich fahr gerade hier. Nein. Ach, Mann. Das wäre so n schönes Langstrecken gewesen. Nein. Ja. Sechs-Fünf. You've got my respect. Ja, ne? Kann man mal machen, ja? Ja. Ja, das war doch jetzt so ein Ding abgehast. Kann man mal machen. Wie nie wird man dann halten? Naja, 6 bis 5. Ja, jetzt muss man nur noch verändern, bis man kann. Oder man macht nur 1, 2, 2. Nein. 5, 4, 3, 2, 1. Nein. Nein. Das ist doch nicht wahr. Wie schütten wir das denn jetzt, Mann? Ach, das ist doch nicht... Nein. Das ist die Action. Haben wir ja eine geile Nachspielzeit. Und wir verkacken heute. Nee, noch haben wir keine Nachspielzeit. Ja, aber jetzt gleich. Ja, jetzt haben wir Nachspielzeit. Hätte auch noch Anschlussgriffer machen können direkt. So direkt. Ja. Der kommt noch. Mal hoch gespielt. Jawoll. Kann man mal machen hier. Nein. Ach, Mann. Was war das denn jetzt? Wir haben es mit 5 Minuten 12 Tore geschossen. Und das 3-ste Tor ist natürlich dann von den Gegnern. Ja. Toll. Am Arsch. Aber wenigstens nur 4 Punkte Minus. Also war ja... Wahrscheinlich okay. Wahrscheinlich okay. Das hab ich den Stufen nicht. Der eine war Anfänger, der andere war Semiprofi? Ganz bestimmt. Nicht. Ja gut, aber dafür hatte der eine halt auch 1090 Punkte, ne? Ja. Aber trotzdem irgendwie. Das erscheint mir etwas komisch. Ja, das nennt man Glück, ne? Oder invertiertes Glück nennt man das. Ja. Andere würden es Pech nennen, aber wir nennen es invertiertes Glück. Das klingt viel... Ja. Oh, der darf. Das werde ich ja gleich sehen. Ja. Mad Max und... Swag Mag. Ja. Bester Name. Oh ja. Der Anfangsdelay war wieder da. Ah, verdammt. Falsche Richtung gesprungen. Mit der Krone in die Richtung geschossen. Shit. Oh. Alter. Dieser Winkel. Der war hart, ja. Der Winkel war... Also es war... Not bad. Da. Noch ganz knapp vor mir weggeschossen. Dass er in dem Winkel echt noch das Tor trifft. Ich glaub ja manchmal, dass die Leute es irgendwie doch noch schaffen, den Ball irgendwie anzuschneiden. Das war auch nicht. Ja, ich hab keine Ahnung. Aber das Gefühl hatte ich irgendwie auch schon öfters. So, einmal zu den Gegnern rüber. Nein. In die Richtung. Hahaha. Nein. 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 Gibt's fort. Abgeprallt. Shit. 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 Oh Mann. Komm, Alter. Sein Name. Wie lange ist der? Zuladen. Ach, Mann. Nein, nicht zum Tor. Ah. Ach komm. Ja, das ist jetzt hartes Engagement gerade. Mensch. Nein. Trotzdem wird halt nixiert. Ja. Das ist doch nicht wahr. Ah, der Ball klebt die am Pfosten. Ja. Ach. Das ist doch nicht. Wie unwahrscheinlich ist denn so was? Na ja, klar. Und dann kann es ihm natürlich ein Gegentor. Ja. Die sollte es auch anders sein. Ja, voll. Nein. 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 Die sollte es auch anders sein. Die sollte es auch anders sein. Nein. 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 No. So, jetzt komm. So. No. Da sitzt der Keeper und haut einen raus. Ja, der war zu weich. Ja. Ja, der war zu weich. Ja. 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 Ja, wenn du denkst, du hättest ein paar richtig geile Torchancen mit Boost und dann fährst du Rutsch an uns vorbei. Na komm, der hätt den ja richtig unnötig reingemacht. Jo. Schon eher ein Dorpsprung gewesen jetzt. Dabei klebt der mal an der Decke. Geil, beide Falts hier, beide übernehmen. So macht man das hier. Na. Ich hab an irgendeinem Ende noch Tiefung bekommen. Ich vorhin aber auch irgendwie. Ja. Pfosten. Nachschuss. Jawoll. Und drin. Ach komm, die hast du rein? Ja, hab ich rein. Ja, ich stand auch noch davor. Guck dir das mal an. Da. Sag. Ja, ich bin ja auch noch gefallen. Ja, ich weiß. Du hast getroffen, ich hab getroffen. Wir haben beide getroffen. Ich hab zuletzt getroffen, knapp. Anscheinend. Ein genügend da einfach. Ich gehört. Müsste gehen, ne. Auch schon weniger, mehr Zeit geschafft. Nein. Andersrum. Mehr und weniger Zeit wollte ich sagen, aber gut. Das spricht für uns. Ja. Kann man mitarbeiten. Ja. Und weiter anfangen. Ja. Muss ich sagen. Geil. Zack. Der legt vor. Der andere springt vorbei und ich sprich gegen. Ich spring gegen. Ja, das ist doch super. Ja, ne. 47 Sekunden noch. Ein Tor wär gut. Sehr weggedrüstet. Bisschen komisch. Äh, komisch war es ja schon. So. Hm. Boah. Boah. Der noch weggeballert. Ach, komm. Ja, 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 ja. Ja. Jawoll. Ja, geil. Sekundenvorschluss. 4-3. Und der Gegner spelt den Chat. Was leg ich mit denn? Mit, äh, diesen Comments, die man einfach so schreiben kann. Okay, gut. Also nein, 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 nein. Jetzt sollte ich den Chat mal wieder anmachen. Scheint lustig zu sein, ne. Ach komm, ja, geil, der geht noch rein. Komm. Komm, gib ihm. Ja, wohl. Ja, noch so viel Vorlage. Noch mal richtig demoralisiert. Da, guck mal, da. Weil die haben getroffen. Und dann... Oh, dann hat er einen Atrix bekommen. Gut. Wunderbar. Dann noch einer wird. Demoralisierung. Dann macht er den Kasten dicht, ja, und dann ist es vorbei. 2, 1, abpfiff. Abpfiff. Abpfiff lass ich. Ja, bitte. Ja, die letzte Sekunde ist immer besonders lang. Ja. Die ist immer so 2 Sekunden lang, ne. Ja. So mindestens. Oh. Paketenspur Blumen. Ja, die, äh, hau ich direkt mal ran. Jawoll, oh, ne. Ja, läuft bei uns auf jeden Fall, ne. Das Achievement vorhin war für das Tor im Rückwärtsgang. Gut, ich glaub, das war eine relativ, äh, verwachsene Runde. Ach, das ging. Ich mein, immerhin haben wir jetzt am Ende gewonnen. Ja, immerhin, ne. Gut. Dann, äh, guck ich mir noch eben die Blume an. Blumige Sache, oder? Ach komm, da spielt, äh, so indische Musik im Hintergrund. Weil die nicht mag, die nicht ganz cool. Okay. Das war's dann für diese Folge von 2 und 2 Rocket League. Mein Gott. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin.